Klar habe ich Gewichtsprobleme gehabt. Ich war auch mal eine kleine Dickmadame. Super fett und 57% Fettmasse. Ich weiß genau wie es ist, ein fettet Schweinchen zu sein. Aber dann habe ich diese super Gymnastik davon. Ich knall euch in und werde dabei schlank und fühle mich gut. Dann hier Liegestützen. Es funktioniert. Klar funktioniert es. Alles was mir Spaß macht. Jeder von meinen Mitarbeitern hat die Unterhose langgezogen. Mensch, das macht Laune und dann nimmst du ab dabei, sagt ihr. Da hat jeder von meinen Büroleuten immer so richtig abgepumst. Und mein Assistent, den knall ich auf den Teppich und den roll ich erst mal so ein paar Runden lang. Jawohl. So bleibst du schlank, sagt ihr. Und hier ist mein Rezept. Ruf an und ich sag euch alles, wie es funktioniert. Ihr braucht eben bloß Mitarbeiter zu haben, die so einen Scheiß mitmachen. Und dann natürlich hilft es auch, eine geile Chefin zu sein, so wie Eke. Voll, so läuft es jetzt bei mir. Ist doch richtig toll, wa?